Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weißer Springer, die britische Navy hat gerade eine Tomahawk-Rakete auf den Waffenmarkt abgefeuert. Sofort evakuieren! Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Der Jet ist mit so viel SP-5 nuklearen Sprengköpfen bewaffnet. Wenn die Cruise Missile diese Sprengköpfe trifft, haben wir hier eine atomare Katastrophe. Die Tomahawks sind außer Reichweite. Wir können sie nicht aufhalten. Wiederhole, wir können die Raketen nicht aufhalten. Machen Sie, dass sie da rauskommen! Ich muss den Jet evakuieren. Ich muss den Jet evakuieren. Ich muss den Jet evakuieren. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.